Guten Abend! In unserer Reihe Neue und Alte Berufe geht es heute um einen Traumberuf vieler ganz junger Hörer, den Lokomotivführer. Hören wir also mal in den Alltag von Ann-Kathrin rein und fragen Sie, wie sie zu dem Beruf gekommen ist. Hallo, ich bin Ann-Kathrin. Ich habe eine Ausbildung zur Eisenbahnerin im Betriebsdienst gemacht. Jetzt arbeite ich als Lokomotivführerin und fahre Lokomotiven der Baureihen 296 und 295. Der Beruf hat mich schon als Kind interessiert. Meine Eltern hatten auch noch andere Ideen, aber dann habe ich im 9. Schuljahr ein Praktikum bei der Bahn gemacht und danach wollte ich unbedingt diese Ausbildung machen. Die Ausbildung für den Lokführerberuf dauert drei Jahre. An zwei Tagen in der Woche geht man in die Berufsschule. Drei Tage lernt man im Betrieb. Manchmal gibt es Blockunterricht. Der Arbeitstag für Lokführer im Bahnbetrieb beginnt schon früh, meistens um sechs Uhr. Lokführer ist nicht gerade ein typischer Frauenberuf. Wir haben Ann-Kathrin auch nach ihren Erfahrungen mit den Kollegen gefragt. Naja, am Anfang war das schon ein bisschen komisch. Die waren skeptisch, ob das so klappt mit einer Frau. Auch gerade, weil man körperlich arbeitet und schwere Metallteile hebt. Aber dann haben sie gemerkt, dass ich das gut kann und dass mir das auch Spaß macht. Seitdem sind wir ein echt gutes Team.